3. Die Zwiebel Goschenka wohnte im allerbelebtesten Stadtteile, bei dem Kirchenplatz, im Hause der Kaufmannswitwe Morozov, bei der sie im Hofe einen hölzern, nicht eben geräumigen Seitenbau innehatte. Das Haus der Morozov war groß, steinern, zweistöckig, alt und sehr unansehnlich. In ihm lebte ganz für sich die Hausbesitzerin, eine alte Frau mit ihren beiden Nichten, gleichfalls schon sehr bejahten Fräuleins. Sie hatte es nicht nötig gehabt, ihren Anbau im Hofe zu vermieten, aber alle wussten, dass sie Goschenka eine Wohnung abgegeben hatte, schon vor vier Jahren, einzig und allein in der Absicht, ihrem Verwandten, dem Kaufmann Samsonov, dem anerkannten Beschützer der Goschenka, ein Gefallen zu tun. Man sagte, der eifersüchtige Greis habe, als er seine Favoritin bei der alten Frau unterbrachte, ursprünglich an das scharfe Auge der Greisinn gedacht. Sie sollte aufpassen auf den Lebenswandel der neuen Einwohnerin. Das scharfe Auge der Greisinn erwies sich indes sehr bald schon als unnötig, und die Sache endete damit, dass Morozov sogar selten nur der Goschenka begegnete und ihr schließlich sogar nicht mehr im geringsten lästig wart durch irgendwelche Aufsicht. Freilich, es waren schon vier Jahre vergangen, seit der Greis aus der Gouvernementstadt in dieses Haus ein 18-jähriges Mädchen gebracht hatte, ein schüchternes, verlegenes, schlankes, mageres, nachdenkliches und trauriges Geschöpf. Und von der Zeit an war schon viel Wasser zum Meere gelaufen. Die Lebensschicksale dieses Mädchens kannte man übrigens in unserer Stadt wenig und ungenau. Noch in der letzten Zeit hatte man nichts Näheres darüber in Erfahrung gebracht. Und das sogar dann, als schon viele sich zu interessieren begannen für eine solche blendende Schönheit, zu der sich Akrafena Alexandrovna in diesen vier Jahren verwandelt hatte. Es gingen dann nur Gerüchte um, sie sei schon als 17-jähriges Mädchen von irgendjemandem und behauptete, von einem Offizier, verführt und dann sogleich im Stich gelassen worden. Der Offizier sei dann aber verzogen und habe irgendwo geheiratet, während Groschenka in Schande und Armut zurückblieb. Man sagte übrigens, dass, wenn auch Groschenka tatsächlich von ihrem greisen Beschützer der Armut entrissen worden sei, sie gleichwohl einer ehrbaren Familie entstammte und, wie es hieß, aus geistlichem Stande hervorgegangen sei. Sie sei die Tochter irgendeines nicht etatmäßigen Diakons oder irgendetwas in dieser Art. Und da war denn in den vier Jahren aus der empfindlichen, beleidigten und mitleiderregenden kleinen Weise eine rotwangige, üppige russische Schönheit geworden, ein Weib mit kühnem und entschlossenem Charakter, stolz und frech, die etwas von Geldgeschäften verstand, die geizig und vorsichtig auf geradem und krummem Wege Geld erwarb und es bereits, wie man von ihr zu erzählen pflegte, fertiggebracht hatte, sich ihr eigenes Kapitelchen zusammenzuschachen. Von einem nur waren alle überzeugt, dass der Zutritt zur Groschenka schwierig sei und dass außer dem Greise ihrem Beschützer noch niemand da sei im Laufe dieser ganzen vier Jahre, der sich ihrer Gunst hätte rühmen können. Diese Tatsache war fest verbürgt, weil zur Eroberung dieser Gunst nicht wenig Liebhaber Anlauf genommen hatten, besonders in den letzten zwei Jahren. Aber alle Versuche erwiesen sich als vergeblich. Einige von den Bewerbern waren sogar genötigt gewesen, mit recht langer Nase abzuziehen, dank dem festen und höhnischen Widerstand der charaktervollen jungen Personen. Man wusste auch noch, dass diese junge Weib besonders im letzten Jahr sich auf das, was man Geschäfte machen nennt, eingelassen hatte und dass sie sich von dieser Seite her außerordentlich fähig erwies, sodass schließlich viele sie eine richtige Jüdin nannten. Nicht, dass sie Geld auf Wucher ausgeliehen hätte. Es war aber zum Beispiel bekannt, dass sie sich in Gesellschaften mit Fiedor Pavlovich Karamasov einige Zeit hindurch tatsächlich damit beschäftigt hatte, billig Wechsel aufzukaufen, zehn Kopeken für den Rubel und dass sie dann für einige von diesen Wechseln zu einem Rubel für zehn Kopeken erhalten hatte. Der kranke Samsonov, der im letzten Jahre den Gebrauch seiner geschwollenen Beine verloren hatte, ein Witwer, der Tyrann seiner erwachsenen Söhne, ein schwerer Hunderttausender, ein schmutziger Geizhals und unermüdlicher Mensch, war gleichwohl unter den starken Einfluss seines Schützlings geraten, den er anfangs fest im Zügel und bei schmaler Kost hatte halten wollen. Bei Fastenöl, wie damals die Spötter sagten. Groschenka hatte es aber fertig gebracht, sich zu emanzipieren. Und dabei flößte sie ihm dennoch grenzenloses Vertrauen ein, in Hinsicht auf ihre Treue. Dieser Greis, ein großer Geschäftemacher, jetzt ist er längst tot, hatte dabei einen außerordentlich starken Charakter. Vor allem war er geizig und hart wie ein Kieselstein. Und obgleich Groschenka auf ihn einen solchen Einfluss ausübte, dass er ohne sie nicht leben konnte, in den letzten zwei Jahren war das zum Beispiel auch so gewesen, hatte er ihr gleichwohl kein irgendwie bedeutendes Kapital zugewiesen. Und wenn sie ihm sogar gedroht hätte, sie werde ihn völlig verlassen, so wäre er auch dann noch unerbittlich geblieben. Er hatte ihr dafür aber ein kleines Kapital geschenkt, und als man dies erfuhr, waren auch darüber schon alle erstaunt. Du bist selber kein dummes Weib, sagte er ihr, als er etwas über 8000 Rubel auszahlte. Selber handle denn. Wisse aber, dass du außer dem jährlichen Unterhalt wie bisher bis zu meinem Tode von mir nichts mehr erhalten wirst. Ja, und auch in meinem Testamente werde ich dir nichts mehr zuweisen. Und so hatte er auch dann sein Wort gehalten. Er starb und hinterließ alles den Söhnen, die er das ganze Leben auf einer Stufe mit den Dienstboten bei sich gehalten hatte, mit ihren Frauen und Kindern. An Groschenka erinnerte er aber sogar überhaupt nicht einmal in seinem Testamente. Das alles war in der Folgezeit bekannt. Durch Ratschläge aber, was sie anfangen solle mit ihrem eigenen Kapitale, half er Groschenka nicht wenig und wies sie auf Geschäfte hin. Als Fyodor Pavlovich Karamasov, der mit Groschenka ursprünglich nur aus Anlass eines zufälligen Geschäftes in Verbindung getreten war, sich schließlich für sich selber völlig unerwartet, wahnsinnig in sie verliebt und sogar fast seinen Verstand darüber verlor, da hatte der Greis Samsonov, der um diese Zeit schon dem Tode nahe war, sich gar sehr über sie lustig gemacht. Bemerkenswert ist es übrigens, dass Groschenka die ganze Zeit ihrer Bekanntschaft über mit dem Greise durchaus und sogar wie von Herzen aufrichtig war. Und sonst, so scheint es, mit niemandem auf der ganzen Welt. In der allerletzten Zeit, als plötzlich auch Dimitri Fyodorovic mit seiner Liebe auf den Plan getreten war, hatte der Greis aufgehört, sie aufzuziehen. Wenn du schon einen von den beiden wählen musst, den Vater oder den Sohn, so wähle den Greis, indes nur unter der Bedingung, dass der alte Spitzbube dich unbedingt heiratet und dir noch vorher ein ganz bestimmtes Kapital überschreibt. Mit dem Kapitän gibt dich aber gar nicht ab. Es wird nichts Gutes dabei herauskommen. Das waren die eigenen Worte des alten Lüstlings, der damals bereits sein nahes Ende vorausfühlte und noch tatsächlich schon fünf Monate nach diesem Rat starb. Ich will doch im Vorübergehen bemerken, dass, wenn auch sogar viele damals bei uns in der Stadt wussten, von der albernen und widerlichen Nebenbohlerschaft Karamasows, des Vaters und des Sohnes, deren Gegenstand Groschenka war, gleichwohl kaum irgendwer den tatsächlichen Sinn ihrer Beziehungen zu beiden, zu dem Greise und dem Sohne, begriffen hatte. Sogar die beiden Dienerinnen Groschenkas hatten später, nachdem die Katastrophe, von der noch die Rede sein wird, bereits eingetreten war, vor Gericht bezeugt. Agrafena Alexandrovna hatte den Dimitri Fjodorovic einzig und allein aus Furcht bei sich empfangen, weil er sie zu töten gedroht habe. Dienstboten hatte sie zwei. Noch von ihrem Elternhause her, eine sehr alte Köchin, die kränklich und fast schon völlig taub geworden war, und deren Enkelin, ein junges, flinkes Mädchen von zwanzig Jahren, das Zimmermädchen der Groschenka. Es lebte aber Groschenka sehr sparsam und in einer durchaus ärmlichen Einrichtung. In dem Seitenbau, den sie bewohnte, waren überhaupt nur drei Zimmer vorhanden, die von der Hausbesitzerin her mit alten Möbeln aus Rotholz ausgestattet waren, um Stile der zwanziger Jahre. Als Rakitin und Aliesha bei ihr eintraten, herrschte bereits völlige Dämmerung, aber ihre Zimmer waren noch nicht erleuchtet. Groschenka selber lag in ihrem Gastzimmer auf dem großen, plumpen, harten Divan, der eine Rücklehne aus Rotholz hatte und mit längst schon abgeriebenem und durchlöchertem Leder überzogen war. Unter ihrem Kopfe hatte sie zwei weiße Daunenkissen aus ihrem Bette. Sie lag auf dem Rücken unbeweglich ausgestreckt und hielt beide Hände hinter dem Nacken vereinigt. Gleich, als ob sie Gäste erwarte, trug sie ein schwarzes Seidenkleid und hatte einen leichten Spitzenputz auf dem Kopfe, der ihr sehr gut stand. Über die Schultern hatte sie ein Spitzentuch geworfen, das von einer massiven, goldenen Brosche festgehalten wurde. Sie erwartete tatsächlich irgendwen und sie lag da wie in Sehnsucht und Ungeduld, mit bleichem Gesicht, mit heißen Lippen und Augen und sie klopfte mit der Spitze ihres rechten Fußes ungeduldig auf die Armlehne des Divans. Kaum waren Raketin und Aliesha erschienen, als eine kleine Verwirrung eintrat. Es war aus dem Vorzimmer zu vernehmen, wie Groschenka plötzlich vom Divan aufsprang und erschreckt ausrief, »Wer ist denn da?« Die Gäste hatte aber das Dienstmädchen empfangen und sie antwortete sogleich ihrer Herren. »Das sind gar nicht die, das sind andere. Das hat nichts zu bedeuten.« »Was geht denn bei ihr vor?«, murmelte Raketin, indem er Aliesha am Arme ins Gastzimmer führte. Groschenka stand beim Divan, als ob sie sich noch nicht von ihrem Schrecken erholt habe. Eine dichte Strähne ihres dunkelblonden Zopfes hatte sich aus ihrer Frisur losgelöst und war ihr auf die rechte Schulter gefallen. Sie hatte das aber nicht bemerkt und auch nicht in Ordnung gebracht, bevor sie auf die Gäste geblickt und sie erkannt hatte. »Ach, das bist du, Rakitka!« »Du hast mich ganz erschreckt. Mit wem kommst du denn da? Wer ist das mit dir?« »Mein Gott, wen hat er denn da mitgebracht?«, rief sie, nachdem sie Aliesha erkannt hatte. »Ja, lass doch Lichter bringen«, sprach Raketin, wobei er die ungezwungene Haltung des allervertrautesten, bekannten und nahen Menschen annahm, der sogar das Recht hat, im Hause zu kommandieren. »Lichter, natürlich Lichter! Fenja, bring ihm eine Kerze! Nun, du hast Zeit gefunden, ihn mitzubringen!« rief sie wiederum aus, indem sie auf Aliesha hinwies. Dann wandte sie sich zum Spiegel und begann rasch mit beiden Händen ihre Frisur in Ordnung zu bringen. Es war, als ob sie unzufrieden sei. »Bin ich etwa nicht zur rechten Zeit gekommen?«, fragte Raketin. Er fühlte sich fast augenblicklich schon gekränkt. »Du hast mich erschreckt, Rakitka. Das ist es nur.« Und Grushenka wandte sich mit einem Lächeln an Aliesha. »Hab keine Angst vor mir, mein Täubchen, Aliesha. Schrecklich froh bin ich über dich, du mein unerwarteter Gast. Du aber, Rakitka, du hast mich erschreckt. Ich dachte, Yamitja bricht ein. Siehst du, ich habe ihn ja vorhin angeführt und ihm das Ehrenwort abgenommen. Er solle mir glauben. Ich aber habe gelogen. Ich habe ihm gesagt, ich werde für den ganzen Abend zu Kuzma Kuzmic, meinem Kreise gehen und mit ihm bis zur Nacht Geld zählen. Ich gehe ja jede Woche einmal für den ganzen Abend zu ihm, um seine Rechnungen zu ordnen. Wir schließen uns dann ein. Er klappert mit der Rechenmaschine. Ich aber sitze und schreibe in die Bücher. Mir allein vertraut er. Mitya hat dann auch geglaubt, dass ich dort bin. Ich habe mich aber hier zu Hause eingeschlossen. Ich sitze und erwarte eine Nachricht. »Wie hat euch denn nur Fenja eingelassen? Fenja! Fenja! Lauf rasch zum Tore. Schließ es auf und blicke rings umher. Ob nicht irgendwo der Kapitän ist? Vielleicht hat er sich versteckt und lauert? Schrecklich fürchte ich mich vor ihm. Niemand ist dort, Agrafena Alexandrovna. Ich habe eben erst rings umher ausgeschaut. Ich will aber auch noch einmal zur Türe gehen und jede Minute Ausschau halten. Selber bin ich ein Furcht und Zittern. Sind die Fensterläden geschlossen, Fenja? Ja, man muss den Vorhang hinunterlassen. Siehst du so? Sie ließ selber die schweren Vorhänge herab. Sonst kommt er gerade auf das Licht hin angeflogen. Dein Bruder Mitya, Aljesha, fürchte ich heute. Groschenka sprach laut und, wenn auch in Aufregung, so doch auch fast wie in einem gewissen Entzücken. Weshalb fürchtest du denn plötzlich heute mit Tenka so? erkundigte sich Rakitin. Es scheint, du bist doch sonst nicht so schüchtern mit ihm. Er tanzt ja nach deiner Pfeife. Ich sage dir doch, ich erwarte eine Nachricht. Eine so goldene, kleine Nachricht. So dass mit Tenka jetzt auch überhaupt nicht nötig wäre. Ja, und er hat mir auch gar nicht geglaubt. Ich fühle dies, dass ich zum Kusma Kusmic gegangen bin. Es muss wohl so sein. Er sitzt jetzt wohl bei sich im Nachbargarten des Fido Pavlovich und lauert auf mich. Wenn er sich aber erst einmal dort festgesetzt hat, so bedeutet das, er wird nicht hierher kommen. Umso besser. Ich bin ja auch geradewegs zu Kusma Kusmic gelaufen. Mitya hat mich aber begleitet. Ich habe gesagt, ich werde bis Mitternacht bleiben und er solle unbedingt um Mitternacht kommen, um mich nach Hause zu begleiten. Er ging dann auch fort. Ich aber habe nur zehn Minuten bei dem Kreise gesessen, ja, und dann bin ich wiederum hierher förmlich gelaufen. Ach, wie ich mich fürchtete, um ihm nur ja nicht zu begegnen. Wie hast du dich aber herausgeputzt? Sieh mal an, was du da für ein interessantes Häubchen auf hast. Und was bist du selber für ein neugieriger Rakettin? Ich sage dir doch, ich erwarte eine so einzige Nachricht. Wird das Nachrichtchen kommen, werde ich aufspringen, hinfliegen und ihr habt das Nachsehen. Deshalb habe ich es auch so eingerichtet, dass ich hier bereits sitze. Wo wirst du aber hinfliegen? Wenn man viel wissen will, wird man rasch alt. Sieh mal an, voller Freude bist du ja. Noch niemals habe ich dich so gesehen. Du hast dich herausgeputzt wie zu einem Ball. Und Rakettin sah sie sich genau an. Als ob du viel von Bällen verständest. Aber du etwa mehr? Ich habe wenigstens einen Ball gesehen. Vor zwei Jahren hat Kuzma Kuzmetsch seinen Sohn verheiratet. Und da habe ich auch von der Galerie aus zugesehen. Wie aber, Rakitka? Soll ich mich etwa mit dir unterhalten, wenn dort ein solcher Fürst steht? Siehst du, das ist dein Gast. Aljesha, mein Täubchen, ich blicke auf dich und traue meinen Augen nicht. Mein Gott, wie bist du denn bei mir erschienen? Um dir die Wahrheit zu sagen? Ich habe es nicht erwartet, nicht erraten. Ja, und auch früher habe ich niemals geglaubt, dass du kommen könntest. Wenn es nun auch jetzt nicht das Augenblickchen dafür ist, so bin ich doch furchtbar froh über dich. Setze dich auf den Diwan. Siehst du? Hierher. So, du mein junger Mond. Tatsächlich, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ach du, Rakitka, hättest du ihn doch gestern oder vorgestern gebracht. Nun ja, ich bin auch so froh. Vielleicht ist es auch besser, dass er jetzt kam. In einem solchen Augenblick und nicht vorgestern. Sie setzte sich mutwillig zu Aljesha auf den Diwan, dicht neben ihn, und blickte auf ihn in aufrichtigem Entzücken. Und tatsächlich war sie froh. Sie log nicht, als sie dies sagte. Ihre Augen brannten, ihre Lippen lachten, aber gutmütig, heiter lachten sie. Aljesha hatte so gar nicht von ihr einen solchen Gesichtsausdruck von Güte erwartet. Er war bis zum gestrigen Tage wenig mit dir zusammengetroffen. Und hatte sich von ihr einen einschüchternden Begriff gemacht. Vollends war er so furchtbar erschüttert worden durch ihren bösen und heimtückischen Ausfall gegen Katharina Ivanovna. Und er war daher sehr erstaunt, als er jetzt plötzlich in ihr ein völlig anderes und unerwartetes Wesen zu erblicken glaubte. Und wie niedergedrückt er sich auch fühlte von seinem eigenen Kummer, seine Augen blieben doch mit Aufmerksamkeit auf ihr haften. Alle ihre Manieren schienen sich gleichfalls verändert zu haben von dem gestrigen Tage an und durchaus zum Besseren. Es war fast gar nichts mehr an ihr von jener gestrigen Süßigkeit in der Aussprache, von jenen verzerrtelten und affektierten Bewegungen. Alles war einfach, gutherzig, ihre Bewegungen waren rasch, aufrichtig, zutraulich und dabei war sie sehr erregt. Mein Gott, wie sich heute alle Dinge verwirren, tatsächlich, schwatzte sie wiederum. Und warum bin ich eigentlich über dich so froh, Aljesha? Das weiß ich selber nicht. Ja, frage mich nur, ich weiß es nicht. Nun, und da weißt du denn auch schon gar nicht mehr, worüber du eigentlich froh bist, höhnte Raketin. Vor dem hast du mir aber bei jeder möglichen Gelegenheit zugesetzt. Bring ihn her, ja, bring ihn doch. Du hast demnach doch wohl eine Absicht gehabt. Früher hatte ich eine andere Absicht, jetzt ist es aber vorübergegangen. Es ist nicht die Zeit dafür. Ich werde euch bewirten, das ist es. Ich bin jetzt gütig geworden, Rakitka. Ja, setze dich doch auch, Rakitka. Was stehst du denn noch? Oder hast du dich schon gesetzt? Wahrlich, Ratikuschka wird sich nicht vergessen. Siehst du, da sitzt er jetzt. Uns gegenüber, ja, und bost sich darüber, dass ich ihn nicht früher als dich Platz zu nehmen bat. Ach, gar sehr empfindlich ist mein Rakitka, wie empfindlich. Und Groschenka lachte. Sei nicht böse, Rakitka. Heute bin ich gut. Ja, weshalb sitzt du denn so traurig da, Aljesha? Ja, oder fürchtest du dich etwa vor mir? Und sie blickte ihm mit lustigem Spott gerade in die Augen. Erdkummer. Es hat ihm keine Rangerhöhung gegeben, brummte Rakitin. Was für eine Rangerhöhung denn? Sein Greis hat zu stinken angefangen. Wie denn zu stinken angefangen? Du schwitzt da irgendein Unsinn. Du willst irgendeine Niedertracht sagen. Schweig, Dummkopf. Erlaubst du mir, Aljesha, dir auf dem Schoß zu sitzen? Siehst du so? Und plötzlich sprang sie auf und hüpfte lächelnd ihm auf die Knie, wie ein schmeichelndes Kätzchen, in dem sie zärtlich mit dem rechten Arm seinen Hals umschlang. Ich will dich erheitern, du mein frommer Knabe. Nun, in der Tat. Erlaubst du es mir denn wirklich, dir auf dem Schoß zu sitzen? Wirst du wirklich nicht böse werden? Willst du, so werde ich herabspringen. Aljesha schwieg. Er saß da und fürchtete, sich zu rühren. Er hörte ihre Worte. Willst du, so werde ich herabspringen. Und antwortete nicht. Gleich, als ob er erstarrt sei. Aber nicht das regte sich in ihm, was jetzt zum Beispiel Raketin, der gierig von seinem Platz aus beobachtet hatte, hätte erwarten und sich vorstellen können. Der große Kummer seiner Seele verschlang alle anderen Empfindungen, die immer in seinem Herzen sich hätten rühren können. Und wenn er sich nur in diesem Augenblicke völlig Rechenschaft hätte ablegen können, so hätte er schon selber erraten, dass er jetzt aufs Festeste gepanzert sei gegen jede Art von Verführung. Dessen ungeachtet, ungeachtet aller wirren Ratlosigkeit seines Seelenzustandes und ungeachtet auch allen Kummers, der ihn bedrückte, wunderte er sich gleichwohl unwillkürlich über eine neue und seltsame Empfindung, die in seinem Herzen aufstieg. Dieses Weib, dieses furchtbare Weib, erfüllte ihn jetzt nicht nur nicht mehr mit der früheren Furcht, einer Furcht, die vordem ihn überkommen hatte bei jedem Gedanken an ein Weib, wenn ein solcher auch nur in seiner Seele aufblitzte. Nein, ganz im Gegenteil. Dieses Weib, das er mehr als alles andere gefürchtet hatte, erregte in ihm jetzt, da sie auf seinen Knien saß und ihn umarmte, ein ganz anderes, unerwartetes und durchaus eigenartiges Gefühl eines völlig ungewöhnlichen, äußerst heftigen und durchaus herzensreinen Interesses. Und in dem allem war schon keinerlei Furcht mehr, keine Spur des früheren Entsetzens. Und das war gerade die Hauptsache, und das war es auch, was ihn unwillkürlich in Staunen setzte. Jetzt habt ihr aber genug Unsinn geschwätzt, schrie Rackettin. Lass lieber Champagner bringen. Du bist das schuldig, du weißt es selber. Tatsächlich bin ich es schuldig. Ich habe ja, Aliesha, für dich Champagner versprochen. Außer allem anderen, wenn er dich zu mir bringen werde. Nun ja, Herr denn mit dem Champagner. Auch ich werde von ihm trinken. Fenja, Fenja, bring uns Champagner, die Flasche, die Mitja zurückließ. Lauf rasch. Wenn ich auch geizig bin, so werde ich doch die Flasche spenden, nicht dir, Rakitka. Du bist dein Pilz. Er aber ist ein Fürst. Und wenn auch nicht davon meine Seele jetzt erfüllt ist, soll es doch schon so sein. Auch ich werde mit euch trinken. Es verlangt mich danach, über die Stränge zu schlagen. Ja, was ist denn das für ein Augenblick für dich? Und um was für eine Nachricht handelt es sich denn da? Darf man danach fragen, oder ist es ein Geheimnis? Mischte sich Rakitin voller Neugierde wiederum ins Gespräch, wobei er sich krampfhaft bemühte, sich den Anschein zu geben, als ob er die Nasenstüber gar nicht beachte, die ihm unaufhörlich zuteil wurden. Ach, gar kein Geheimnis. Ja, und du weißt es auch selber, sprach plötzlich Grushenka bekümmert. Und sie neigte den Kopf Rakitin zu und wandte sich ein wenig von Aliesha weg, wenn sie auch gleichwohl fortfuhr, auf seinen Knien zu sitzen und seinen Hals umschlungen zu halten. Der Offizier wird kommen, Rakitin. Mein Offizier wird kommen. Ich hörte, dass er kommen werde. Ja, steht das denn schon so nahe bevor? In Mokroje ist er jetzt. Von dort wird er eine Stafette hierher schicken. So hat er selber geschrieben. Vorhin habe ich den Brief erhalten. Ich sitze jetzt und erwarte den Boten. Sieh mal an, weshalb denn in Mokroje? Das zu erzählen würde zu weit führen. Ja, und das ist auch genug für dich. So, so, aber mir denkt er jetzt. Weiß er es oder nicht? Was weiß er? Er weiß es ganz und gar nicht. Wenn er es erfahren hätte, so würde er mich morden. Ja, ich fürchte das jetzt aber ganz und gar nicht. Ich fürchte jetzt nicht mehr sein Messer. Schweig Rakitka. Erinnere mich jetzt nicht mehr an Dimitri Fedorowitsch. Er hat mir mein Herz ganz normalen. Ich will auch an gar nichts von all dem denken in dieser Minute. Hier, an alle Schetschka kann ich freilich denken. Ich blicke auf alle Schetschka. Ja, so lach doch über mich, mein Täubchen. Erheitere dich doch. Lach doch über meine Dummheit, über meine Freude. Aber da hat er ja auch gelächelt. Er hat gelächelt. Siehst du, wie freundlich er blickt? Weißt du, Aljesha, ich habe immer geglaubt, du seist böse auf mich wegen des Vorfalls von vorgestern. Wegen des Fräuleins. Ich war ein Hund, das war ich. Nur ist es gleich wohl gut, dass es so kam. Es war böse und trotzdem war es auch gut so. Und Groschenka lächelte in Gedanken und etwas Grausames blitzte plötzlich in ihrem Lächeln auf. Mit ihr hat erzählt. Sie habe darauf geschrien, man muss sie mit Ruten schlagen. Ich habe sie damals schon gar sehr beleidigt. Sie hat mich zu sich gerufen, wollte mich besiegen, mit ihrer Schokolade verführen. Nein, es ist gut, dass es so kam. Und sie lächelte wiederum. Ja, und da fürchte ich immer, dass du mir böse geworden bist. Aber es ist doch wirklich so, redete wiederum Rakitin dazwischen. Er war tatsächlich erstaunt. Sie fürchtet dich, Aljesha. Ja, tatsächlich fürchtet sie dich. Ein solches Küchlein. Das ist er für dich, Rakitka. Ein Küchlein. So ist es. Weil du eben kein Gewissen hast. So ist es. Glaubst du, Aljesha, dass ich dich von ganzer Seele liebe? Ach, du Schamlose. Da macht sie dir, Aljesha, am Ende noch keine Liebeserklärung. Aber wie denn? Ich liebe ihn auch. Aber der Offizier? Aber die kleine goldene Nachricht aus Mokoje? Das ist eine Sache für sich. Jenes aber etwas ganz anderes. So muss man das also verstehen, nach Auffassung der Weiber. Mach mich nicht böser, Rakitka, unterbrach ihn heftig Groschenka. Das ist eine Sache für sich. Jenes aber etwas ganz anderes. Ich liebe Aljesha auf ganz andere Art. Es ist wahr, Aljesha. Ich hatte in Hinsicht auf dich früher einen listigen Gedanken. Ich bin ja doch eine Niedrige. Siehst du, Mitya weiß es. Ich habe es ihm gesagt. Und siehst du, Mitya versteht das durchaus. Glaubst du bisweilenblicklich tatsächlich, Aljesha, auf dich? Und schäme mich immer schäme ich mich dann vor dir. Wie ich aber dazu kam, so von dir zu denken, und von welcher Zeit an ich das tue, das weiß ich nicht. Und ich entsinne mich nicht daran. Fenja trat ein und stellte ein Auftragbrett auf den Tisch, mit einer entkorkten Flasche und drei Gläsern. Man hat Champagner gebracht, schrie Racketin. Aufgeregt bist du, Agrafene Alexandrovna. Und außer dir. Wenn du jetzt deinen Pokal trinkst, wirst du zu tanzen anfangen. Ach, nicht einmal das können sie so machen, wie es sich gehört, fügte er hinzu, indem er auf den Champagner hinschaute. In der Küche hat die Alte eingeschenkt und die Flasche hat man ohne Korken aufgetragen und dazu noch warm. Nun, gib immerhin auch so her. Er ging zum Tische, nahm ein Glas, goss es hinunter und schenkte es sich ein zweites ein. Zum Champagner wirst du nicht allzu oft kommen, sprach er, sich die Lippen leckend. Auf, Al-Jesha, nimm einen Becher, zeige, was für ein Kerl du bist. Worauf sollen wir denn trinken? Auf die Pforten des Paradieses? Nimm, Grusha, einen Becher und trinke auch du auf die Pforten des Paradieses. Was sind das denn für Pforten des Paradieses? Sie nahm ein Pokal, Al-Jesha tat das Gleiche, trank ein Schlückchen und stellte das Glas wieder hin. Nein, lieber nicht, sprach er und lächelte still. Du hast aber doch so geprahlt, schrie Rakitin. Nun, wenn dem so ist, werde ich auch nicht trinken, mischte sich Grushenka ein. Ja, und ich habe auch gar keine Lust dazu. Trinke du, Rakitka, allein die ganze Flasche aus. Wenn Al-Jesha trinken wird, so werde ich auch trinken. Was sind denn das für kälberne Zärtlichkeiten, neckte Rakitin. Aber sie sitzt ihm dabei auf dem Schoß. Er hat, nehmen wir so an, Kummer. Aber was fehlt denn dir? Er hat sich gegen seinen Gott empört, er war sogar entschlossen, Wurst zu fressen. Wie denn das? Sein Kreis ist heute gestorben, der Kreis Sosima, ein Heiliger. So, ist denn der Kreis Sosima gestorben? rief Grushenka aus. Mein Gott, ich habe das gar nicht gewusst. Sie bekreuzte sich fromm. Mein Gott, ja, was tue ich denn? Ich sitze ihm ja jetzt auf den Knien, rief sie plötzlich, als ob sie Entsetzen erfasst habe. Sprang augenblicklich ihm vom Schoß herab und setzte sich auf das Sofa. Aljesha war für einen langen, erstaunten Blick zu, und es war, als ob in seinem Gesicht etwas zu leuchten beginne. Rakitin, sprach er plötzlich laut und fest, höhne du nicht. Ich habe mich gegen mein Gott empört. Ich wünsche nicht, Unwillen zu empfinden gegen dich. Deshalb sei aber auch du Nachsichtiger. Ich verlor einen solchen Schatz, wie du niemals besaßest, und du kannst mich deshalb jetzt nicht richten. Blicke lieber hierher auf sie. Hast du gesehen, wie sie Schonung übte gegen mich? Ich bin hierher gekommen, um eine böse Seele zu finden. So hat es mich selber hierher gezogen, weil ich niedrig und böse war. Ich aber fand deine aufrichtige Schwester. Ich fand deinen Schatz. Eine liebende Seele. Sie hat soeben Schonung geübt gegen mich. Akrafena Alexandrovna, ich spreche von dir. Du hast soeben meine Seele wieder aufgerichtet. Aljesha zitterte in die Lippen und der Atem stockte ihm. Er hielt inne. Gleich, als ob sie dich schon errettet habe, höhnte Rakitin und er lächelte böse. Sie aber hat dich verschlingen wollen, weißt du das? Halt, Rakitka, rief plötzlich Groschenka und sie sprang auf. Schweig dir beide. Jetzt werde ich alles sagen. Du, Aljesha, schweige. Weil mich bei solchen Worten, wie du sie sprichst, Scham erfasst. Weil ich eine Böse, nicht eine Gute bin. So eine bin ich. Du aber, Rakitka, schweige deshalb, weil du lügst. Ich habe tatsächlich den niedrigen Gedanken, ihn verschlingen zu wollen. Jetzt aber lügst du, Rakitka. Jetzt ist das ganz und gar nicht dies. Und dass ich dich überhaupt nicht mehr höre. Alles dies sprach Groschenka in außerordentlicher Aufregung. Sieh mal an, jetzt sind alle beide böse geworden, zischte Rakitin und er blickte mit Staunen auf sie. Wie verrückte, benehmen sie sich. Es ist ganz so, als ob ich in ein Irrenhaus geraten sei. Sie sind beide ganz schwach geworden. Ich werde sie zu weinen anfangen. Ich werde auch zu weinen anfangen. Ich werde auch zu weinen anfangen, rief Groschenka. Er nannte mich ja seine Schwester und ich werde das niemals mehr vergessen. Nur das eine, Rakitka. Wenn ich auch böse bin, so habe ich aber gleichwohl eine Zwiebel weggeschenkt. Was für eine Zwiebel denn? Fui Teufel, jetzt sind sie schon ganz verrückt geworden. Rakitin war erstaunt über ihre Ergriffenheit und boßte sich gar sehr. Wenn er sich auch recht wohl hätte vorstellen können, dass bei ihnen beiden gerade alles das, was ihre Seele vornehmlich zu erschüttern vermochte, sich der zu demselben Zeitpunkt zusammengefunden hatte, wie das nicht häufig im Leben geschieht. Rakitin begriff stets äußerst empfindlich alles das, was ihn selber anbetraf. Es fehlte ihm aber in hohem Grade das Verständnis für die Gefühle und Empfindungen seiner Nächsten. Teils infolge der Unerfahrenheit seiner Jugend, teils aber auch wegen seiner großen Selbstsucht. Du siehst alle Schetschka, und Groschenka lächelte plötzlich nervös, indem sie sich an den Wandte. Ich habe davor Rakitka geprahlt, dass ich eine Zwiebel weggeschenkt habe. Vor dir aber prallte ich nicht. Ich werde dir dies in einer ganz anderen Absicht erzählen. Das ist nur eine Fabel, aber eine schöne. Ich habe sie, als ich noch ein Kind war, von meiner Matriene erzählt bekommen, die jetzt bei mir als Köchin dient. Siehst du, das ist so. Es war einmal eine Frau, die war über die Maßen böse, und sie starb. Und sie hinterließ kein Andenken an irgendeine Tugend. Es fassten sie die Teufel und stießen sie in den Feuersee. Aber ihr Schutzengel steht dabei. Ja, und er denkt, an was für eine Tugend von ihr soll ich mich entsinnen, um sie Gott zu sagen. Er dachte nach und spricht zu Gott. Sie hat, so spricht er, einst aus ihrem Gemüsebeete eine Zwiebel herausgerissen und sie einer Bettlerin geschenkt. Und es antwortete ihm Gott. Nimm du, spricht er, diese selbe Gezwiebel und strecke sie ihr in den See hin. Möge sie sie erfassen und sich an ihr halten. Und wenn du sie aus dem See herausziehen wirst, so möge sie dann auch ins Paradies eingehen. Werde aber die Zwiebel abreißen, so muss das Weib auch da bleiben, wo sie jetzt ist. Es lief der Engel zu dem Weibe hin und streckte ihr die Zwiebel hin. Da, spricht er, Weib, fasse an und halte dich. Und er begann, sie vorsichtig herauszuziehen. Und er hatte sie schon fast völlig herausgezogen. Ja, als aber die übrigen Sünder sahen, dass man das Weib herausziehe, da begannen sie sich alle an ihr festzuhalten, damit man sie zu gleicher Zeit mit ihr herausziehe. Das Weib war aber über die Maßen böse und begann mit den Füßen zu stoßen. Mich zieht man heraus, nicht aber euch. Das ist meine Zwiebel, aber nicht die eurige. Kaum hatte sie das ausgesprochen, da zerriss auch schon die Zwiebel. Und es fiel das Weib in den See zurück und es brennte in ihm bis auf den heutigen Tag. Der Engel aber brach in Weinen aus und ging davon. Das ist diese Fabel, Aliesha. Ich habe sie auswendig behalten, weil auch ich selber dieselbe geböse Weib bin. Vor Rakitka habe ich damit geprahlt, dass ich eine ganze Zwiebel weggeschenkt habe. Dir aber werde ich etwas ganz anderes sagen. Alles in allem genommen habe ich auch wohl nur etwa eine Zwiebel in meinem ganzen Leben weggeschenkt. Und das ist auch alles, was an Tugend an mir ist? Und lobe du mich nicht deswegen. Halte du mich nicht für gut. Ich bin böse. Sehr böse. Und wirst du mich loben, so wirst du mich zwingen, mich zu schämen. Ach ja, ich werde schon ein vollständiges, reuiges Geständnis ablegen müssen. Höre denn, Aliesha. Ich habe einen solchen Wunsch gehegt, dich zu verführen. Und ich habe damit derart Rakitin zugesetzt, dass ich ihm schließlich 25 Rubel versprach, wenn er dich zu mir hinführe. Halt, Rakitka, warte ein wenig. Sie ging mit raschem Schritte zum Tische hin, öffnete eine Schublade, nahm ihren Geldbeutel heraus und entnahm ihm einen 25-Rubelschein. Was ist das für ein Unsinn? Was ist das für ein Unsinn? Rief Rakitin verblüfft. Nimm doch nur, Rakitka, was ich dir schuldig bin. Du wirst doch nicht etwa drauf verzichten. Du hast ja selber darum gebeten. Und sie schleuderte ihm den Schein hin. Ich sollte auch noch drauf verzichten, brummte Rakitin, der augenscheinlich verlegen geworden war, aber männlich seine Scham verbarg. Das kommt uns gar sehr gelegen. Die Dummköpfe leben ja nur deshalb, damit die Klugen sie ausbeuten. Jetzt schweige aber, Rakitka. Alles, was ich jetzt sagen werde, wird nicht für deine Ohren sein. Setz dich hierher in die Ecke und schweige. Du liebst uns nicht, so schweige wenigstens. Ja, wofür soll ich denn euch auch lieben? Bemerkte Bissi Rakitin schon ohne seinen Zorn zu verbergen. Den 25-Rubelschein steckte er in die Tasche. Und er schämte sich entschieden vor Aliascha. Er hatte darauf gerechnet, diese Bezahlung später zu erhalten, sodass jener es gar nicht erfahre. Jetzt aber war er vor Scham ganz zornig geworden. Bis zu diesem Augenblicke hatte er es noch für sehr politisch gehalten, der Kroschenka nicht allzu sehr zu widersprechen, ungeachtet aller Nasenstüber, die sie ihm austeilte. Denn es war offenbar, dass sie über ihn eine gewisse Macht besaß. Jetzt war aber auch er zornig geworden. Man liebt zum Dank für irgendetwas, was aber habt ihr beide mir getan? Liebe doch um gar nichts, so ist es ja, wie Aliascha liebt. Aber woher glaubst du denn, dass er dich liebt, und was hat er dir angetan, dass du dich so aufspielst? Aliascha stand in der Mitte des Zimmers. Sie sprach mit Leidenschaft, und in ihrer Stimme waren hysterische Klänge zu vernehmen. Schweig, Rakitka, du verstehst uns nicht. Und wage es auch nicht mehr, mir in Zukunft du zu sagen. Ich will dir das nicht erlauben, und woher hast du dir denn überhaupt solche Kühnheit herausgenommen? Da hast du es. Setz dich in die Ecke und schweig während Lakaay. Jetzt aber, Aliascha, werde ich dir allein die ganze reine Wahrheit sagen, damit du erkennst, was ich für eine Kreatur bin. Nicht zu Rakitka, zu dir spreche ich. Ich wollte dich zugrunde richten, Aliascha, das ist eine große Wahrheit. Ich hatte es durchaus so beschlossen. Ich habe es so sehr gewünscht, dass ich Rakitka Geld versprach, damit er dich herbringe. Und aus welchem Grunde habe ich es so gewünscht? Du, Aliascha, hast auch gar nichts gewusst. Du wendetest dich von mir ab, du gehst vorüber, hast den Blick zu Boden gesenkt. Ich aber habe wohl hundertmal auf dich hingeblickt, und alle über dich auszufragen begonnen. Dein Gesicht ist mir im Herzen geblieben. Er verachtet mich, denke ich. Er will mich sogar nicht einmal anschauen. Und ein solches Gefühl hat mich schließlich übermannt, dass ich mich über mich selbst erstaune. Warum fürchte ich denn einen solchen Knaben? Ich werde ihn mit Haut und Haar verschlingen, und dann werde ich lachen. Ich war ganz und gar auf dich böse geworden. Glaubst du das? Niemand wagt dir auch nur daran zu denken, dass man die Gunst der Agrafena Alexandrovna erobern könne. Der Kreis allein ist da bei mir. An ihn bin ich gefesselt und ihm verkauft. Der Teufel hat uns getraut, dafür aber von den anderen niemand. Doch auf dich schauend beschloss ich, ich werde ihn verschlingen. Ich werde ihn verschlingen und dann lachen. Siehst du, was ich für ein böser Hund bin? Ich, die du eben noch meine Schwester nanntest. Eben heute ist nun dieser mein Beleidiger angekommen. Ich sitze und erwarte Nachricht. Aber weißt du denn, was mir dieser Beleidiger war? Vor fünf Jahren, als mich Kusma jeher brachte, sitze ich, so kam es vor, und verstecke mich vor den Menschen, dass man mich weder sehen noch hören solle. Ein schmächtiges und dummes Geschöpfchen, so sitze ich. Ja, und ich schluchze. Die Nacht hindurch schlafe ich nicht. Ich denke immer nur, wo mag denn jetzt mein Beleidiger sein? Er lacht wohl, so muss es sein, mit einer anderen über mich. Wenn ich ihn aber nur, so denke ich, wiedersehen, ihm nur begegnen werde, dann werde ich ihm schon heimzahlen, dann werde ich ihm schon heimzahlen. Nachts im Dunkeln schluchze ich in mein Kissen und überdenke dies immer wieder. Mein Herz zerfleische ich absichtlich. Mit Zorn tröste ich es. Ich werde ihm schon, ich werde ihm schon heimzahlen. So, kam es wohl vor, schreie ich auch in der Finsternis. Ja, wenn ich mich plötzlich daran erinnere, dass ich ihm gar nichts tue, er aber jetzt über mich lacht oder mich viel mehr schon vergessen hat und sich meiner gar nicht mehr erinnert, so werfe ich mich aus dem Bett auf die Diele, ergieße mich in ohnmächtigen Tränen und zittere, zittere bis zum Morgengrauen. Des Morgens stehe ich dann auf, böse als ein Hund und mit Freuden bereit, die ganze Welt zu verschlingen. Dann aber, was glaubst du wohl? Ich begann, Kapital zu sparen, ich ward mitleidlos, ich setzte Fett an. Glaubst du aber, ich sei klüger geworden? Wie? Wisse denn? Keineswegs. Niemand sieht das und niemand weiß es auf der ganzen Welt. Aber sobald nur die nächtliche Dämmerung anbricht, liege ich bisweilen immer noch ebenso wie als kleines Mädchen vor fünf Jahren, klappere mit den Zähnen und weine die ganze Nacht hindurch. Ich werde schon ihm, ja, ich werde schon ihm, so denke ich. Hast du das alles vernommen? Nun, wie verstehst du mich denn jetzt? Vor einem Monat erhalte ich plötzlich diesen Brief. Er kommt, er ist Witwer geworden, er will mich wiedersehen. Der Atem hat mir völlig gestockt, mein Gott. Ja, plötzlich habe auch ich gedacht und geglaubt. Wird er aber erst kommen? Ja, und nur pfeifen, wird er mich rufen. So werde ich wie ein Hündchen zu ihm hinkriechen, wie ein Hündchen, das geprügelt ward und sich schuldig fühlt. Ich denke dies und glaube mir selber nicht. Ich bin eine Nichtswürdige. Wäre ich das nicht, würde ich dann wohl zu ihm hinlaufen? Und eine solche Wut über mich selber übermannte mich diesen ganzen Monat hindurch, dass es noch schlimmer war als vor fünf Jahren. Siehst du jetzt, Aljesha, was ich für eine Tolle, was ich für eine Rasende bin? Ich habe dir jetzt die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe mit dem Mitya kurzweil getrieben, um nicht zu dem anderen zu laufen. Schweig, Rakitka. Nicht dir kommt es zu mich zu richten. Nicht zu dir habe ich gesprochen. Ich habe jetzt bis zu eurer Ankunft hier gelegen. Ich habe gewartet. Ich habe nachgedacht. Mein ganzes Schicksal entschieden. Und niemals werdet ihr erfahren, was in meinem Herzen vorging. Höre, Aljesha, sage du deinem Fräulein, sie möge nicht böse sein wegen des Vorfalls von vorgestern. Es weiß ja niemand auf der ganzen Welt, wie es mir jetzt zumute ist. Ja, und es kann auch niemand wissen. Weil ich vielleicht heute ein Messer mit mir dahin nehmen werde. Ich habe das noch nicht entschieden. Und als Koschenka dieses jammervolle Wort ausgesprochen hatte, hielt sie plötzlich nicht mehr an sich. Sie sprach nicht zu Ende. Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen, warf sich auf den Divan in die Kissen und schluchzte wie ein kleines Kind. Aljesha erhob sich und ging zu Rakitin hin. Mischer, sprach er, zürne nicht. Du bist von ihr beleidigt worden, aber zürne nicht. Hast du ihr soeben zugehört? Man kann nicht so viel verlangen von der Seele eines Menschen. Man muss nachsichtiger sein. Aljesha sprach dies in einem Ausbruch seines Herzens, den er nicht zurückzuhalten vermochte. Er musste sich aussprechen. Und er wandte sich deshalb an Rakitin. Wenn Rakitin nicht dort gewesen wäre, so hätte er für sich allein dies ausgerufen. Rakitin aber blickte voll hohen auf ihn und Aljesha hielt plötzlich inne. Das hat dir dein Kreis beigebracht. Und jetzt willst du mir damit kommen, Aljeshenka, Männchen Gottes, sprach mit gehässigem Lächeln Rakitin. Lache nicht, Rakitin, höhne nicht. Sprich nicht von dem Verstorbenen. Er ist höher als alle, die auf der Erde waren. Rief Aljesha aus mit Tränen in der Stimme. Ich wollte nicht wie ein Richter zu dir sprechen, vielmehr selber wie der letzte von allen Gerichteten. Was bin ich denn vor ihr? Ich kam hierher, um zugrunde zu gehen, und sagte mir, nur zu, nur zu. Und das aus meinem kleinen Mut heraus. Sie aber hat nach fünf Jahren der Qual, als eben nur der erste Beste gekommen war und den aufrichtiges Wort gesagt hatte, alles verziehen, alles vergessen, und sie weint jetzt. Ihr Beleidiger ist zurückgekehrt. Er ruft sie, und sie verzeiht ihm alles und eilt zu ihm hin in Freuden und wird kein Messer mit sich nehmen. Sie wird das nicht tun. Nein, ich bin nicht ein solcher. Ich weiß nicht, ob du so bist, Mischa. Ich bin es aber nicht. Ich habe heute soeben hier diese Lehre empfangen. Sie ist höher an Liebe als wir. Hast du von ihr früher bereits das gehört, was sie soeben erzählt hat? Nein, du hast es nicht gehört. Wenn du es vernommen hättest, so hättest du längst schon alles vergessen. Und eine andere, die vorgestern von ihr beleidigt ward, möge auch die ihr verzeihen. Und sie wird verzeihen, wenn sie dies erfährt. Und sie wird es erfahren. Das ist eine Seele, die sich noch nicht abgefunden hat. Man muss schonend mit ihr umgehen. In einer solchen Seele kann ein Schatz verborgen liegen. Aljesha verstummte, weil ihm der Atem ausging. Ungeachtet seines ganzen Zornes blickte Raketin mit Staunen auf ihn. Niemals hat er von dem stillen Aljesha einen solchen Wortschwall erwartet. Was für ein Advokat ist da zum Vorschein gekommen. Ja, du hast dich in sie verliebt, nicht wahr? Akrafene Alexandrovna, siehst du, dein Faster hat sich geradezu in dich verliebt. Du hast gesiegt, schrie er mit frechem Lachen. Groschenka erhob ihr Haupt vom Kissen und blickte mit gerührtem Lächeln auf Aljesha. Ihr Gesicht strahlte und dabei war es, als sei es plötzlich aufgeschwollen vom Weinen. Lass ihn in Ruhe, Aljesha, du mein Cherubim. Erst nun einmal so. Da hast du dich an den Rechten gewandt. Ich, Michael Osipowitsch, wandte sie sich an Raketin, hatte dich um Verzeihung bitten wollen deswegen, weil ich dich ausgeschimpft hatte. Ja, und jetzt will ich das wiederum nicht. Aljesha, komm zu mir, setze dich dahin. Und sie winkte ihn zu sich mit freudigem Lächeln. Siehst du, so, setze dich dahin, sage du mir. Sie fasste ihn an der Hand und blickte ihm lächelnd ins Gesicht. Sage du mir. Liebe ich ihn oder nicht? Ich meine meinen Beleidiger. Liebe ich ihn oder nicht? Bis ihr kamt, lag ich in der Dunkelheit und fragte immer zu meinem Herz. Liebe ich ihn oder nicht? Entscheide du es mir. Die Zeit ist gekommen. Wie du entscheiden wirst, so wird es auch sein. Soll ich ihm verzeihen oder nicht? Du hast ja schon verziehen, sprach Aljesha und lächelte. Ja, ich hab wirklich schon verziehen, bestätigte nachdenklich Groschenko. Danke. Ach, was hab ich doch für ein nichtswürdiges Herz. Auf mein nichtswürdiges Herz. Und sie ergriff plötzlich vom Tisch einen Pokal, trank ihn auf einmal aus, erhob ihn und warf ihn mit einem Schwung zu Boden. Der Becher zerbrach klirrend. Irgendetwas Grausames funkelte in ihrem Lächeln. Aber vielleicht habe ich gleichwohl doch nicht verziehen, sprach sie wie drohend und sie senkte die Augen zu Boden, als ob sie zu sich selber spreche. Vielleicht bereitet sich mein Herz nur erst vor, zu verzeihen. Noch kämpfe ich mit meinem Herzen. Siehst du, Aljesha, ich habe meine Tränen von diesen fünf Jahren furchtbar lieb gewonnen. Ich habe vielleicht nur meine Beleidigung lieb, ihn aber ganz und gar nicht. Nun, ich möchte wenigstens nicht an seiner Haut stecken, zischte Rakitin. Du wirst das auch nicht. Niemals wirst du in seiner Haut stecken. Du wirst mir Schuhe machen, Rakitka. Das ist es, wozu ich dich benutzen werde. Aber eine solche wie ich wird dir niemals beschieden sein, auch nur zu sehen. Ja, und vielleicht auch ihm nicht. Ihm? Aber wozu hast du dich denn so herausgeputzt? stichelte Bissig Rakitin. Zieh mich nicht auf mit meinem Aufputz, Rakitka. Du kennst mein ganzes Herz noch nicht. Wenn ich will, so werde ich auch meinen ganzen Putz zerreißen. Sogleich werde ich ihn zerreißen. In diesem Augenblick, rief sie gellend. Du weißt ja gar nicht, wofür dieser Aufputz ist, Rakitka. Vielleicht werde ich zu ihm herauskommen und sagen, Hast du mich so gesehen oder nicht? Er hat mich ja zurückgelassen, als eine siebzehnjährige, schmächtige, schwindsüchtige Flännerin. Ja, ich werde mich zu ihm setzen. Ja, ich werde ihn betören. Ja, ich werde ihn entflammen. Hast du gesehen, was für ein ich jetzt bin? Werde ich sagen. Nun, so bleibe auch dabei, gnädiger Herr. An dem Schnurrbart lief es herab. Aber in den Mund ist es nicht gekommen. Siehst du, dazu dient mir vielleicht diese Aufputz, Rakitka. Endete Groschenka mit bösem Lächeln. Ich bin ja eine tolle, eine rasende Aljesha. Ich werde mein Kleid zerreißen. Ich werde mich verstümmeln, meine Schönheit vernichten. Ich werde mir das Gesicht verbrennen und mit dem Messer zerschneiden. Ich werde gehen und Almosen erbetteln. Wenn es mir einfällt, so werde ich auch jetzt nirgends hingehen und zu niemandem. Wenn es mir in den Kopf kommt, so werde ich morgen schon dem Kuzma alles zurückschicken, was er mir geschenkt hat und alle seine Gelder. Ich selber werde aber für mein ganzes Leben als Tagelöhnerin arbeiten. Du glaubst wohl, ich werde das nicht tun, Rakitka. Ich wagte es nicht, das zu tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Sogleich kann ich es tun. Reizt mich nur nicht. Ich werde den wegjagen, der mich aufregt. Die meine Nase drehen. Er soll mir aus den Augen. Die letzten Worte klangen hysterisch. Sie hielt aber wiederum nicht an sich, bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen, warf sich aufs Kissen und er zitterte von neuem Verschluchzen. Rakitin erhob sich. Es ist Zeit, sagte er. Es ist schon spät. Man wird uns nicht mehr ins Kloster hineinlassen. Gushenka sprang nur so auf. Ja, willst du denn wirklich weggehen, Aliesha? rief sie aus im bekümmerten Staunen. Ja, was machst du denn jetzt mit mir? Ganz hast du mich emporgehoben. Du hast mich gematert und jetzt wiederum diese Nacht, wiederum soll ich allein bleiben? Soll er nicht vielleicht bei dir übernachten? Wenn du aber willst, nur zu. Ich kann auch allein nach Hause gehen, scherzte Rakitin giftig. Schweig, böse Seele, schrien Groschenka an. Niemals hast du mir solche Worte gesagt, die er zu mir sagen kann. Was hat er dir denn derartiges gesagt? brummte Rakitin gereizt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe durchaus nicht, was er mir derartiges gesagt hat. Meinem Herzen war das gesagt. Das Herz hat er mir umgedreht. Er hat mit mir Mitleid gehabt. Er zuerst. Als einziger, das ist es. Weshalb bist du denn nicht früher gekommen, mein Cherubim? Und sie fiel plötzlich vor ihm auf die Knie wie in Ekstase. Ich habe mein ganzes Leben auf einen solchen wie dich gewartet. Ich habe gewusst, dass so einer kommen und mir verzeihen wird. Ich habe geglaubt, dass mich irgendwer liebgewinnen wird, mich eklige, um meiner selbst willen, nicht nur einzig und allein, um mir Schmach anzutun. Was habe ich dir denn so Großes getan? antwortete gerührt lächelnd Alisha. Und er beugte sich zu ihr nieder und nahm sie zärtlich bei der Hand. Eine Zwiebel habe ich dir gereicht. Nur eine einzige und eine ganz kleine Zwiebel. Nichts weiter. Nichts weiter. Und als er das gesprochen hatte, brach er selber in Tränen aus. In diesem Augenblick erhob sich plötzlich im Vorzimmer ein Lärm. Irgendwer trat ein. Groschenka sprang auf wie in furchtbarem Schrecken. In das Zimmer kam mit Lärmen und Schreien Fenja hereingelaufen. Gnädige Frau, Täubchen, Herren, die Stafette kam angaloppiert, rief sie freudig und ganz außer Atem. Ein Wagen, aus Mukroje, um sie abzuholen. Timofey, der Kutscher, mit dem Dreigespann. Sogleich wird man frische Pferde anspannen. Ein Brief, ein Brief, Herren, da ist er. Der Brief war in ihrer Hand und sie hatte ihn die ganze Zeit über, während sie Sprache in der Luft herumgeschwenkt. Groschenka riss ihr den Brief aus der Hand und brachte ihn zum Licht. Es war dies nur ein Zettelchen, einige wenige Zeilen. In einem Augenblicke hatte sie ihn durchgelesen. Er hat gerufen, rief sie ganz bleich und verzog ihr Gesicht zu einem schmerzlichen Lächeln. Er hat gepfiffen. Kriech heran, Hündchen. Aber nur ein Augenblick stand sie wie in Uneschlosseneid da. Plötzlich stieg ihr das Blut zu Kopf und übergoss ihre Wangen mit Feuerröte. Ich werde fahren, rief sie plötzlich. Ihr, meine fünf Jahre, lebt wohl, lebt wohl, Aljesha, entschieden ist mein Geschick. Geht weg, geht weg, geht jetzt alle von mir weg und dass ich euch schon nicht mehr erschaue. Groschenka ist in ein neues Leben geflogen. Erinnere dich meiner nicht im Bösen, Rakitka. Vielleicht gehe ich in den Tod. Oho, es ist mir gerade so zumute, als ob ich betrunken wäre. Sie verließ ihre Gäste plötzlich und lief in ihr Schlafzimmer. Nun, ihr steht jetzt wohl nicht der Kopf nach uns, brummte Rakitin. Lass uns gehen, sonst wird's am Ende noch gar wiederum dieses Weibergekreisch anfangen. Es sind mir alle diese Tränen und schreisch und furchtbar zuwider geworden. Aljesha ließ sich mechanisch hinausführen. Auf dem Hofe stand ein Wagen. Man spannte Pferde aus. Man ging mit einer Laterne umher. Man lief geschäftig hin und her. In das geöffnete Tür führte man ein frisches Dreiergespann. Aber kaum waren Aljesha und Rakitin aus der Haustür getreten, als plötzlich das Fenster im Schlafzimmer der Groschenka geöffnet war und sie mit lauter Stimme Aljesha nachrief. Aljesha, grüße deinen Bruder Mitenka. Ja, und sag ihm, er möge sich an mich, seine Übeltäterin, nicht dem Bösen erinnern. Ja, sag ihm auch dies mit meinen eigenen Worten. Einem Schurken ist Groschenka zugefallen, aber nicht dir, einem Edelgesinnten. Ja, sag ihm auch noch, dass ihn Groschenka ein Stündlein übergeliebt habe, nur im Ganzen ein Stündlein geliebt habe. Möge er sich denn von nun an an dies eine Stündlein sein ganzes Leben erinnern? So gerade habe dir Groschenka aufgetragen, für sein ganzes Leben. Sie endigte mit einer Stimme aus der Schluchzen herausklang. Das Fenster war zugeworfen. Rakitin brüllte vor Lachen. Sie hat deinem Brüderlein Mitenka den Todesstoß gegeben. Ja, und dann heißt sie ihn auch noch für sein ganzes Leben lang sich ihrer zu erinnern. Was ist das für eine Wolllust? Aljesha antwortete nichts. Er tat so, als ob er nichts gehört habe. Er ging neben Rakitin rasch daher, wie in furchtbarer Eile. Es war, als ob er nicht völlig bei sich sei. Er schritt mechanisch seines Weges. Rakitin aber hatte plötzlich irgendetwas in seiner Empfindlichkeit getroffen, wie wenn man eine frische Wunde bei ihm mit dem Finger berührt hätte. Ganz und gar nicht dies hatte er vorhin erwartet, als er Groschenka mit Aljesha zusammenführte. Es hatte sich etwas anderes ereignet, durchaus nicht das, was er gar sehr gewünscht hatte. Er ist ein Pole, dieser Offizier, begann Rakitin wiederum, indem er noch an sich hielt. Ja, und er ist jetzt auch überhaupt nicht mehr Offizier. Er dient als Beamter beim Zollamt, irgendwo dort an der chinesischen Grenze. Es muss wohl irgendein jämmerliches Polen-Kerlchen sein. Man sagt, er habe seine Stelle verloren. Er hat jetzt erfahren, dass bei Groschenka sich Kapital angehäuft hat, und da ist er denn auch zurückgekehrt. Das ist die Erklärung von dem ganzen Wunder. Aljesha tat wiederum, als ob er gar nichts gehört habe. Rakitin hielt nicht mehr an sich. Nun, wie denn, du hast eine Sünderin bekehrt, verhöhnte er boshaft Aljesha. Du hast eine Verworfene auf den Weg der Wahrheit gewesen. Sieben Teufel hast du ausgetrieben. Wie? Siehst du jetzt, wo sich unsere Wunder vollzogen, die wir vorhin erwarteten? Hör auf, Rakitin, rief Aljesha aus und seine Seele litt. Da verachtest du mich jetzt wohl für die 25 Rubel von vorhin. Ich habe, so soll das wohl heißen, einen aufrichtigen Freund verkauft. Ja, aber du bist doch nicht Christus und ich nicht Judas. Ach, Rakitin, ich versichere dir, ich hatte das ganz vergessen, rief Aljesha aus. Selber hast du soeben daran erinnert. Rakitin aber erzürnte sich schon endgültig. Ja, der Teufel hole euch alle und jeden Einzelnen von euch, brüllte er plötzlich. Warum habe ich, dummer Teufel, mich denn überhaupt mit dir eingelassen? Ich will dich nicht mehr kennen, von nun an. Geh allein, da ist dein Weg. Und er bog plötzlich in eine andere Straße ein und ließ Aljesha allein im Dunkel. Aljesha schritt aus der Stadt heraus und durch das Feld zum Kloster. Es war schon sehr spät nach Kloster begriffen, als Aljesha in der Einsiedelei anlangte. Der Torhüter ließ ihn auf einem besonderen Wege hinein. Es schlug bereits neun Uhr die Stunde der Erholung und Ruhe nach einem Tage, der so aufregend gewesen war für alle. Aljesha öffnete schüchtern die Tür und betrat die Zelle des Kreises, in der jetzt sein Sarg stand. Außer dem Vater Paisi, der allein bei dem Sarge das Evangelium las und dem jungen Novizen Porphyry, der ermüdet von der Unterhaltung von gestern Nacht und dem Trubel von heute im anderen Zimmer auf dem Boden seinen festen jugendlichen Schlaf schlief, war niemand in der Zelle. Wenn Vater Paisi auch gehört hatte, dass Aljesha gekommen war, so blickte er doch nicht einmal nach seiner Seite hin. Aljesha wandte sich rechts von der Tür in eine Ecke, fiel auf seine Knie und begann zu beten. Seine Seele war übervoll, aber es war ihm seltsam verworren zumute. Und keine einzige Empfindung trat für sich allein deutlich hervor. Im Gegenteil, eine verdrängte, die andere in einem ganz bestimmten, stillen, gleichmäßigen Kreislauf. Im Herzen war es ihm süß zumute und, seltsam, Aljesha wunderte sich keineswegs darüber. Wiederum sah er vor sich diesen Sarg, diesen verhüllten, ihm teuren Toten, aber weinendes, nagendes, quälendes Mitleid, wie noch vorhin am Morgen, war nicht mehr in seiner Seele. Sogleich als er eintrat, fiel er vor dem Sarge nieder wie vor einem Heiligen und Freude, Freude leuchtete in seinem Geiste und in seinem Herzen. Ein Fenster der Zelle war geöffnet, die Luft war frisch und etwas kühl. Das heißt also, der Geruch ward noch stärker, wenn man sich auch schon entschloss, das Fenster zu öffnen, dachte Aljesha. Aber auch dieser Gedanke an den Verwesungsgeruch, der ihm doch erst vorhin noch so entsetzlich und entwürdigend erschienen war, ließ ihn jetzt nicht mehr in ihm den Kummer und Unwillen von vorhin aufkommen. Er begann leise zu beten. Bald merkte er indes selber, dass er fast mechanisch betete. Bruchstücke von Gedanken blitzten in seiner Seele auf, leuchteten auf wie kleine Sternchen in der Loschen zugleich wieder, anderem Platz machend. Dafür aber herrschte in seiner Seele etwas Ganzes, Festes, Tröstendes. Und er erkannte das selbst. Bisweilen begann er ein feuriges Gebet. Es begehrte ihn so danach, zu danken und zu lieben. Sobald er aber nur zu beten begonnen hatte, ging er plötzlich auf etwas anderes über. Er fiel in Gedanken und vergaß sowohl das Gebet, als auch das, womit er es unterbrochen hatte. Er wollte zuhören, was Vater Paisi vorlas. Da er aber äußerst erschöpft war, begann er allmählich zu träumen. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kanaan, Galiläa, las Vater Paisi. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Eine Hochzeit? Was ist das, eine Hochzeit? So erhob es sich wie ein Wirbelwind im Geiste Al-Jeschas. Auch sie ist glücklich. Sie ist zu einem Gastmahl gefahren. Nein, sie nahm kein Messer mit. Sie nahm kein Messer. Das war nur ein Wort ihres Seelenjammers. Nun, solche Worte muss man verzeihen, unbedingt. Solche Worte trösten die Seele. Ohne sie wäre der Kummer allzu schwer für die Menschen. Rakitin ist in eine Seitengasse eingebogen. Solange als Rakitin an seine Beleidigungen denken wird, wird er immer in die Seitengasse gehen. Aber der Weg, den Weg meine ich, den geradeausführenden Weg, den lichten Kristallnen, und die Sonne ist an seinem Ende. Wie denn? Was liest man? Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. So klang es Al-Jeschans Ohr. Ach ja, ich habe da etwas unbeachtet vorübergehen lassen. Ich wollte das nicht. Ich liebe diese Stelle. Das ist die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder. Ach, dieses Wunder, dieses liebe Wunder. Nicht in Kummer, vielmehr die Freude der Menschen besuchte Christus. Als er zum ersten Mal ein Wunder verrichtet, fördert er die Freude der Menschen. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Das pflegte der Verstorbene, jeden Augenblick zu wiederholen. Das war einer seiner Lieblingsgedanken. Ohne Freude kann man nicht leben, spricht Mitya. Ja, Mitya, alles, was aufrichtig und schön ist, ist immer voll von alles Verzeihen. Auch dies pflegte er zu sagen. Jesus spricht zu ihr, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sage, das tut. Schafft Freude. Freude irgendwelchen armen, sehr armen Menschen. Natürlich sind sie arm, wenn sogar für die Hochzeit der Weihe nicht ausreichte. Es schreiben hier die Historiker, dass am See von Genezareth und an allen diesen Orten damals die allerärmste Bevölkerung angesiedelt war, die man sich nur vorstellen kann. Und es wusste ja ein anderes, großes Herz eines anderen Geschöpfes, das gleichfalls dort war, seiner Mutter, dass er damals nicht nur für seine große, furchtbare Tat gekommen war, dass vielmehr seinem Herzen auch die einfache, schlichte Heiterkeit zugänglich war. Die Heiterkeit irgendwelcher dunkler, dunkler und harmloser Geschöpfe, die ihn freundlich eingeladen hatten zu ihrer ärmlichen Hochzeit. Noch ist meine Stunde nicht gekommen. Er spricht das mit stillem Lächeln, zweifellos hat er ihr sanft zugelacht. In der Tat ist er denn wirklich dazu auf die Erde niedergekommen, um den Wein zu vermehren auf den Hochzeiten der Armen? Aber er ist ja da hingegangen und hat das getan auf ihre Bitte. Ach, er liest wiederum. Jesus sprach zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, von wann er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, rufet der Speisemeister dem Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zum ersten guten Wein. Und wenn sie trunken geworden sind, als dann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Aber was ist denn das? Was ist denn das? Weshalb weichen denn die Wände des Zimmers zurück? Ach ja, das ist eine Hochzeit, eine Hochzeitsfeier. Ja, natürlich. Da sind auch die Gäste, da sitzen auch die Neuvermählten und die fröhliche Menge und wo ist aber der hochweise Speisemeister? Aber wer ist denn das? Wer? Wiederum hat sich das Zimmer erweitert. Wer erhebt sich dort von dem großen Tische? Wie? Auch er ist dort? Ja, aber... Er liegt doch im Sarge. Aber er ist auch hier. Er stand auf, er hat mich erblickt, er kommt hierher, mein Gott. Ja, zu ihm, zu ihm kam er geschritten. Das ausgetrocknete alte Männchen. Mit kleinen Runzelchen war sein Gesicht bedeckt. Freudig und leise lächelnd. Der Sarg war schon nicht mehr da und er war in demselben Kleid, in dem er auch gestern mit ihnen gegessen hatte, als die Gäste sich bei ihm versammelt hatten. Sein Gesicht war ganz enthüllt, die Augen leuchteten. Wie ist denn das? Erst demnach gleichfalls bei dem Gastmahl auch er ward geladen zur Hochzeit zu Kanaa in Galiläa. Auch ich, mein Lieber, auch ich ward gerufen, gerufen und berufen, klang über ihm eine leise Stimme. Weshalb hast du dich denn hier versteckt, dass man dich gar nicht sieht? Komme auch du zu uns. Seine Stimme, die Stimme des Greises, so sie mal. Ja, und wie soll er denn nicht sein, wenn er mich einlädt? Der Greis reichte Aljesha die Hand. Der erhob sich von seinen Knien. Lasst uns froh sein, fährt das trockene alte Männchen fort. Lasst uns neuen Wein trinken, den Wein neuer großer Freude. Siehst du, wie viel Gäste? Da ist auch der Bräutigam und die Braut, da ist auch der hochweise Speisemeister. Er probiert den neuen Wein. Was wunderst du dich denn über mich? Ich habe eine Zwiebel geschenkt, und da bin ich denn auch hier. Und viele hier haben nur je eine Zwiebel gebracht, nur je eine Zwiebel. Was sind denn unsere Taten? Und auch du, Stiller, auch du, mein sanfter Knabe, auch du hast es heute fertig gebracht, eine Zwiebel dazureichen, einer Verhungerten. So beginne denn, mein Lieber, beginne, mein sanfter, dein Werk. Aber siehst du denn unsere Sonne? Siehst du denn ihn? Ich fürchte mich, ich wage nicht hinzuschauen, flüsterte Aljesha. Fürchte ihn nicht. Furchtbar ist er durch seine Hoheit vor uns, schrecklich durch seine Höhe, aber gnädig ist er ohne Ende. Aus Liebe hat er sich ja uns gleichgestellt, und er heitert sich mit uns. Wasser wandelt er in Wein, damit er die Freude der Gäste nicht versiege, neue Gäste erwartet er. Neue lädt er ein, ohne Unterlass, und schon in alle Ewigkeit. Siehe, da bringen sie auch schon den neuen Wein. Siehst du, sie bringen die Krüge. Irgendetwas entbrannte im Herzen Aljeshas. Irgendetwas erfüllte ihn plötzlich mit Schmerz. Tränen des Entzückens entrangen sich seiner Seele. Er breitete die Arme aus, schrie auf und er wachte. Wiederum der Sarg, das geöffnete Fenster und das stille, ernste, deutliche Lesen des Evangeliums. Aber Aljesha hörte schon nicht mehr, was man las. Seltsam, er war eingeschlafen, als er auf den Knien lag. Jetzt aber stand er auf seinen Füßen, und plötzlich ging er, gleich als ob er sich von seinem Platze losreiße, mit drei raschen, festen Schritten dicht an den Sarg heran. Er stieß sogar mit seiner Schulter den Vater Paisi an, und merkte das gar nicht. Der erhob kaum die Augen vom Buche auf ihn und senkte sie gleich wieder, da er begriffen hatte, dass sich mit dem Jüngling etwas Seltsames zutrug. Aljesha blickte wohl eine halbe Minute lang auf den Sarg auf den verhüllten, unbeweglich im Sarge ausgestreckten Toten, mit dem heiligen Bild auf der Brust und der Kapuze mit dem achtarmigen Kreuze auf dem Haupte. Eben erst hatte er seine Stimme vernommen, und diese Stimme hallte ihm noch in den Ohren. Er lauschte eh noch, er erwartete noch einen Laut, aber plötzlich drehte er sich jäh um und verließ die Zelle. Er blieb auch nicht an der Eingangstür, er schritt vielmehr rasch hinunter. Seine Brust, die von den Zücken erfüllt war, dürstete nach Freiheit, nach Raum, nach Weite. Über ihm wölbte sich unübersehbar die weite Himmelskuppel, voll von stillen, leuchtenden Sternen. Vom Zenit zum Horizont erschien undeutlich noch, fast wie verdoppelt, die Milchstraße. Eine frische und unbeweglich stille Nacht hatte sich über die Erde gelegt. Die weißen Türme und goldenen Kuppeln der Karzidrale leuchteten am Saphirnen Himmel. Die üppigen Herbstblumen auf den Beeten beim Hause waren bis zum Morgen entschlummert. Es war, als ob die irdische Stille mit der himmlischen ineinander fließe. Das Geheimnis der Erde berührte sich mit dem der Sterne. Aljesha stand, schaute und plötzlich warf er sich wie niedergemäht zur Erde. Er wusste nicht, wofür er sie umarmte. Er gab sich nicht Rechenschaft darüber, weshalb es ihn so unwiderstehlich drängte, sie zu küssen, sie ganz zu küssen. Aber er küsste sie weinend, schluchzend, und indem er sie mit seinen Tränen benetzte, und in fassungsloser Begeisterung schwur er sie zu lieben, sie zu lieben in alle Ewigkeit. Benetze die Erde mit den Tränen deiner Freude und liebe diese deine Tränen. So klang es ihm in seiner Seele nach. Worüber weinte er? Oh, er weinte in seinem Entzücken sogar auch über diese Sterne, die ihm da leuchteten, aus dem Unermesslichen, und er schämte sich nicht dieser seiner Verzückung. Es war ihm zumute, als ob die Fäden aller dieser zahllosen Gotteswelten sich alle gleichzeitig vereinigt hätten in seiner Seele. Und sie ganz erzittere, angrenzend an andere Welten. Es verlangte ihn danach, allen zu verzeihen und für alles und selber Verzeihung zu erbitten. Oh, nicht für sich, vielmehr für alle, für alles und jedes. Aber für mich bitten auch andere, klang es wiederum in seiner Seele nach. Und dabei fühlte er mit jedem Augenblicke deutlich und wie greifbar, dass irgendetwas, das fest und unerschütterlich war wie dieses Himmelsgewölbe selber, hinabstieg in seine Seele. Es war, als ob ein ganz bestimmter Gedanke in seinem Geiste die Herrschaft antrat. Und schon für das ganze Leben und in alle Ewigkeit. Als schwacher Jüngling war er zur Erde gefallen, erhoben hatte er sich aber als ein fürs ganze Leben gefestigter Kämpfer. Und er hatte dies selber plötzlich erkannt und gefühlt, gerade in jener Minute seines Entzückens. Und niemals, niemals mehr in seinem ganzen Leben vermochte dann Al-Jesha diesen Augenblick zu vergessen. Irgendwer suchte heim. Irgendwer suchte meine Seele heim in jener Stunde, sprach er hinfort. Und er glaubte fest an diese seiner Worte. Drei Tage darauf verließ er das Kloster, was auch im Einklang stand mit dem Worte seines verstorbenen Kreises, der ihm befohlen hatte, in der Welt zu verweilen.